Lieber technischer Support, letztes Jahr habe ich von Freund 5.0 auf Ehemann 1.0 aufgerüstet und bemerkt, dass die Gesamtleistung des Systems erheblich abgenommen hat, insbesondere bei den Anwendungen für Blumen und Schmuck, die unter Freund 5.0 einwandfrei liefen. Darüber hinaus hat Ehemann 1.0 viele andere wertvolle Programme deinstalliert, wie Romantik 9.5 und Aufmerksamkeit 6.5 und unerwünschte Programme wie Fußball 5.0, Handball 3.0 und Golf 4.1 installiert. Unterhaltung 8.0 läuft auch nicht mehr und Aufräumen 2.6 lässt das System einfach abstürzen. Ich habe versucht Necken 3.5 auszuführen, um diese Probleme zu beheben, aber ohne Erfolg. Was kann ich tun? Mit freundlichen Grüßen, eine verzweifelte Benutzerin. Liebe verzweifelte Benutzerin, zuerst sollten Sie bedenken, dass Freund 5.0 ein Unterhaltungspaket ist, während Ehemann 1.0 ein Betriebssystem ist. Bitte geben Sie den Befehl www.http.html ein und versuchen Sie Tränen 6.0 herunterzuladen und vergessen Sie nicht, das gewissen 3.0 Update zu installieren. Wenn diese Anwendung wie vorhergesehen funktioniert, sollte Ehemann 1.0 automatisch die Anwendungen Schmuck 2.0 und Blumen 3.0 ausführen. Aber denken Sie daran, übermäßige Nutzung der oben genannten Anwendung kann dazu führen, dass Ehemann 1.0 standardmäßig auf Mörrisch 3.5, Happy Hour 7.0 oder Bier 6.1 wechselt. Bier 6.1 ist übrigens ein sehr schlechtes Programm, das die Lautschnarchen-Beta herunterlädt. Was auch immer Sie tun, installieren Sie nicht Schwiegermutter 1.0. Es führt im Hintergrund ein Virus aus, der schließlich die Kontrolle über alle Ihre Systemressourcen übernimmt. Versuchen Sie außerdem nicht, das Freund 5.0 Programm neu zu installieren. Diese Anwendungen werden nicht unterstützt und führen zu einem Absturz von Ehemann 1.0. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Ehemann 1.0 ist ein großartiges Programm, aber es hat begrenzten Speicher und kann nicht so schnell neue Anwendungen erlernen. Sie könnten aber in Erwägung ziehen, zusätzliche Software zu kaufen, um Speicher und Leistung zu verbessern. Wir empfehlen Essen 3.0 und Reizwäsche 7.7. Viel Glück, Ihr technischer Support!